Es profitieren 48 Millionen Menschen davon, wenn dieses Inflationsausgleichsgesetz beschlossen würde. Rentnerinnen und Rentner, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Selbstständige in der ganzen Breite der Gesellschaft sind Menschen davon betroffen. Das durchschnittliche Volumen einer abgewendeten Belastung beträgt 192 Euro. Die Anlage des Inflationsausgleichsgesetzes haben wir so vorgenommen, dass es die breite Mitte der Gesellschaft ansprechen soll. Bis hin zu dem anderthalbfachen des durchschnittlichen Einkommens ist eine Entlastung, ich sage eine Abwendung einer zusätzlichen Belastung vorgesehen. Das anderthalbfache des Durchschnittseinkommens, das ist nicht die Spitzenetage der Gesellschaft, sondern das sind die qualifizierten Fach- und Führungskräfte. Das ist die Technikerin, das ist der Ingenieur, das sind die Menschen, die noch Tarifentgelte der Gewerkschaften beziehen. Das bedeutet also, dass bis zu einem Einkommen von knapp über 60.000 Euro es eine Abwendung der Belastung gibt. Danach gibt es einen Deckel, also über etwa 62.000 Euro hinaus gibt es keine zusätzlichen Entlastungen. Da ist also das Maximum erreicht beim etwa des anderthalbfachen des Durchschnittseinkommens. Ich habe bewusst darauf verzichtet, anders als in der Vergangenheit, den Tarifeckwert der sogenannten Reichensteuer zu verschieben. Der bleibt da, wo er ist, um zu unterstreichen, dass es hier darum geht, die breite Mitte der Gesellschaft anzusprechen. Denn die sind auch in besonderer Weise von der Inflation betroffen. Die von mir geschilderten Maßnahmen reichen auch bei den Spitzeneinkommen aus, um deren Inflationsauswirkung zu beantworten. Da brauchen wir nicht noch zusätzliche Maßnahmen.